Nöööö, was könnte ich machen? Hallo? Was könnte ich? Irgendwas machen? Irgendwas? Schreibt mir mal, was will ich machen? So, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ank und Asyl ist irgendwo hier in der Ecke, genau. So, die letzte Part war ja so ein bisschen, ähm, unterbrochen von irgendwelchen Dingens, ne? Von irgendwelchen, hallo, kann ich das noch nehmen? Nee. Ähm, von irgendwelchen Sachen. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht so. Ich, äh, hab die eben erst aufgenommen, die letzte. Also muss ich noch gucken, ob ich das alles schön zusammenschneiden kann. So, mal gucken. Hier ist aber echt nix. Wasser? Ich sollte ihm nicht zu nahe kommen. Was ist bitte an Wasser so schlimm, hä? Okay, jetzt wird, hm, ich hab keine Ahnung. Wie soll ich das bloß dem Pharao klar machen? Ach, bitte halt die Fresse, Junge. Ich hab grad andere Probleme. So. Ich geh mal da ran. Fenster. Okay, da fällt schon eh wieder irgendwas. Interessiert mich ganz ehrlich auch überhaupt nicht, was du sagst. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ein starkes Gewirz. Ja, starkes Gewirz. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich hätte gehofft, dass ich... Kann ich das irgendwie so einreiben? Das scheint nicht zu funktionieren. Ich hätte gehofft, dass ich diesen Rot mehr da unten damit irgendwie wecken kann, ne? Also Pulvernase, ne? Ist ja nicht so gute Mischung. Aber anscheinend... Alter, kann der Mongo da mal irgendwie sein Maul halten? Ganz ehrlich? Der Pharao wird mich zu klein holzverarbeiten. Ja, ich weiß. Das scheint nicht zu funktionieren. Ein übrig gebliebener Partygast von weit her? Ähm... Alter, wie kann ich den da weglocken? Erst beißt mich diese Schlange in die Nase und jetzt das. So, man kann nicht irgendwie Tür aufmachen. Das scheint nicht zu funktionieren. Mit der Gabel. Das scheint nicht zu funktionieren. Mit dem Ding. Das scheint nicht zu funktionieren. Mit dem Ding. Das scheint nicht zu funktionieren. Mehr starkes Pulver. Warum habe ich da bloß nicht drauf geachtet? Das ist denn dein Problem, Junge? Es sieht scheusslich aus. Muss halt aufräumen und nicht da so rumheulen wie so eine Prussi, ganz ehrlich. Oh, man kann gar nicht daran denken, was der Pharao sagen wird, wenn er das liebt. Oh, mein Gott! Ja, genau so hörst du dich an, du hässlicher. Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Weil das ist echt heftig, weil hier so viele Sachen rumliegen. Also ich denke, das ist schon mal noch ganz wichtig, aber ich... Ich kann es nicht erreichen. Mit dem Waschbrett. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Okay, hier noch irgendwas, was man übersehen haben könnte. Nee. Kannst du das Tuch irgendwie aus dem Fenster werfen? Das scheint nicht zu funktionieren. Hm. Was kann die denn noch machen? Die ist ja auch nicht ganz unnütz. Wenn wir die jetzt schon hier benutzen können. Was war denn das für ein Gang? Ah, das war sie runter. Genau, klar. Schade. Das scheint nicht zu gehen. Er hat bestimmt etwas mit diesem Müllrad. Schade. Das scheint nicht zu gehen. Das ging doch eben noch. Das scheint nicht zu funktionieren. Nee, 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 nee. Schade. Das scheint nicht zu gehen. Das scheint nicht zu funktionieren. Wieso geht das nicht mehr? Faszinierend. 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 Oh mein Gott, so hässlich. So, können wir die Tür irgendwie aufmachen oder anmalen. Das scheint nicht zu funktionieren. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ja, ich weiß, Mädel. Meine Fresse. Die ist aber auch zickig drauf. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Kletter halt drüber, ganz ehrlich. Hm. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Sowas wusste ich noch gar nicht. Wer hat das bloß getan? Wer hat das bloß getan? Wer hat das geeignet? Hm. Wie soll ich das bloß dem Pharao machen? Ich wette, hier hat der Pharao gesessen. Wenn der Pharao hier gesessen hat, dann... Da schaut man mal eine Sekunde nicht hin und dann sowas. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich wundere mich, dass wir den Pinsel noch haben. Weil, ähm... Normalerweise verliert man ja Sachen, wenn man sie, ähm... benutzt hat. Die Tür führt in den Tempel von Osiris. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Oh, wirklich. Okay, damit kann man auch nix machen. Oder Bodenplatte. Ja, komm. Ich leg's da hin und dann geht's auf. Das scheint nicht zu funktionieren. Ach, sag bloß. Vielleicht hat's doch irgendwas mit dem Auge hier zu tun. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Keine Ahnung, wieso wir die noch haben. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Da geh ich nicht raus, solange dieser Kerl da rumsteht. Geh, du dunkle Ecke. Ah ja, vielleicht hat die dunkle Ecke da noch irgendwas zu tun. Ich hab keine Ahnung. Keinen plassen Schimmer. Wie sollte ich auch. Das ist scheiße. Das ist doch nur scheiße. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ah ja, eigentlich steht hier oben. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Dann sagt das ganz anders. Das ist schon wieder so ein geiler Bug-Fail. Was auch immer. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss, ne? Was könnte ich machen? Hallo? Was könnte ich irgendwas machen? Irgendwas. Schreibt mir mal. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Da oben ist die... Weißt mich diese Schlange in die Nase und jetzt das. Das scheint nicht zu funktionieren. Alter. Der Pharao wird nicht bestimmt... Alter, da war doch irgendwas. Da war... Hier wurde fürstlich gespeist. Da war irgendwas zu aktivieren eben. Warum habe ich da bloß nicht drauf geachtet? Oder war das das da oben? Es sieht scheußlich aus. Ja. Es sieht scheußlich aus. Es sieht so hässlich aus. Oh, ich mag gar nicht daran denken, was der Pharao sagen wird, wenn das... Eine Verweilmöglichkeit. Eine Verweilmöglichkeit. Wer hat das bloß getan? Eine Verweilmöglichkeit. Ganz ehrlich, Asyl, in welchem Jahrhundert lebst du? Okay, es ist so... Wie soll ich das bloß dem Pharao klar machen? Ah, ja, 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 ja I don't have any idea. Ach, komm schon. Das ist doch scheiße. Das ist doch... Wasser, Wasser. Wasser, 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 Wasser. Du hast doch nichts gegen Wasser. Das mit Asyl. Ah, okay. Ich kann auch Sachen tauschen. Ist ja geil. Mhm, jetzt hat der die Sachen. Die Frage ist, ob das uns irgendwie weiterhilft. Können wir somit jetzt hier irgendwie... Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Schade. Jetzt haben wir schon mal zwei Pinsel. Das scheint nicht zu funktionieren. Musst man doch irgendwie anmalen können. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. 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 Ach komm schon, wieso denn nicht? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das ist doch scheiße. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich kann es nicht erreichen. Das ist so kacke. Ich weiß, dass es nichts bringt. Ich bin nicht schwer genug. Oh mein Gott. Ich will einen anderen Weg finden. Aber wie soll ich an den... Ich werde mir schon... Ähm... Ich habe keine Ahnung. Wie sollte ich auch? Ah, ist ja geil. Ich kann Sachen ihm geben, aber nicht ihr zurück. Alter, weh. Das ist jetzt irgendwie wieder so ein Bug-Fail-Scheiß. Scheiße, Mann. Das wäre kacke. Wenn ich ihr nicht die Sachen zurückgeben könnte, vielleicht braucht ihr ja noch. Okay, ich glaube aber nicht, dass es... Dass sie die braucht. Ich hoffe, es hätte so ein paar Mal. Das wäre so echt scheiße. Da schaut man mal eine Sekunde nicht hin. Nicht zum Hinsetzen geeignet. Mhm. Ja, ich gehe jetzt einfach mal hier alles durch. Nein. 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 Alter, das ist doch kacke. Das ist doch kacke. Das ist so kacke. Ich weiß, aber sorry. Ich habe gerade keine andere Ahnung. Ach, scheiß drauf. Das funktioniert alles nicht. Das ist doch kacke. Ich schau mal, ob ich das beim Rändern so machen kann, dass ich den vorspule. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt diese ganze Scheiße mitgehört. Dunkle Ecke. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Die Dunkle Ecke ist hier einfach so fehl am Platz. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Hm, das ist doch scheiße. Das scheint nicht zu funktionieren. Wieso denn nicht? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Wieso denn nicht? Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das ist so kacke, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Da geh ich nicht raus, solange dieser Kerl. Oh, da geh ich nicht raus. Da geh ich nicht raus. Wieso denn nicht? Du Pimpfkäse, ganz ehrlich. War bestimmt nicht billig. Kann man die rot anmalen? Ich habe keine Ahnung. Das scheint nicht zu funktionieren. Da schaut man mal eine Sekunde nicht hin und dann... Ich wette, hier hat der Pharao gesessen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Es gibt auch keine Anhaltspunkte. Bis jetzt gab es immer noch so Anhaltspunkte, wo man denkt, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Alter. Kann man mit dem noch irgendwas machen? Rot mehr. Komm schon, rote Farbe für Rot mehr. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. So. Erst beiß mich die Sorge in die Nase und jetzt das. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Ach, komm schon. Es ist so kacke. Ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Probier's doch aus, Junge. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Alter, dieser Part regt mich gerade sowas von auf, man. Ich bekomme schon Kopfschmerzen von diesem ganzen Gesabbel. Und du, hä, du scheiß Käpt'n Pharao. Ich brauch' ich das ganze Teil eigentlich nicht. Puh, was könnte man denn noch machen? Das sieht aus wie ein Dildo hier. Das ist ja ganz ehrlich. Alter, Mann. Bin ich blind, oder wat? Es sieht scheusslich aus. Oh, es sieht scheusslich aus. Kann ich hier mit der Gabel irgendwie die Harfe... Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Alter, ist doch scheiße. Komm schon, Alter. Ist dann noch nicht zu spät. Ja, geil, der Part ist um. Wir haben nix geschafft. Ganz ehrlich, nix geschafft. Finde ich jetzt gerade so ein bisschen kacke. Tut mir leid, ne? War keine Absicht. Ich, äh... Ich hab echt keine Ahnung. Aber jedenfalls vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Part. Und Servus.